hi ihr lieben kreativen ich begrüße euch beim teenchen heute wird es wieder ganz genial und zwar zum thema muttertag jetzt werdet ihr euch fragen ja schafe mutter tag was soll das meine mama liebt schafe und sammelt schafe in allen größen formen und variationen und ich habe eine ganz tolle anleitung bei youtube gefunden von einer youtuberin die ich schon ganz lange abonniert habe ich verlinke euch die beiden anleitungs videos in den kommentaren nicht in den kommentaren in der infobox da könnt ihr nachgucken wer lust hat sowas auch mal zu gestalten und aus diesem grund habe ich zum thema muttertag heute schafe ich zeige euch erstmal das das war mein erstes also nach gefühlten wochen die ich jetzt nur am häkeln war weil ich außer diesen schafen noch was anderes für eine andere kooperation gemacht habe habe ich jetzt keine böcke mehr auf häkeln und muss jetzt endlich mal wieder was anderes machen wie gesagt anleitung findet ihr in der infobox das sind zwei ganz tolle videos die sind super erklärt und ich habe halt statt die augen zu sticken die wackelaugen benutzt und habe zwei verschiedene varianten gemacht da kann sich meine mama eins aussuchen das ursprüngliche war glaube ich auch braun mit mit hell ich weiß es aber nicht mehr genau und ich habe noch so ein herz dazu gemacht also bei pinterest findet ihr die anleitung wie man solche herzen häkelt in verschiedenen größen also passend zum muttertag mit herz und habt es hier am bauch an der hand und am fuß mit so ein paar stichen einfach nur so ein bisschen geheftet damit das nicht runter fällt das herz und habe hier von den tollen blümchen hallo jenny von den tollen blümchen von der jenny 1 verarbeitet und zwar hat sie die das ist ganz raffentykisch hier für alle die sowas mal gern nachmachen möchten wenn ihr häkelblümchen auf so ein brett klebt und dann vorne das noch mit irgendwas verziert oder auch nicht da könnte jetzt auch ein knopf oder irgendwas drauf sein dann könnt ihr das im nachhinein wenn ihr sowas gestopft habt einfach hier rein stecken tata und schon habt ihr eine super tolle verzehrung und das gleiche habe ich hier noch mal ein bisschen in einer anderen variante gemacht und zwar habe ich mir gedacht naja scharf kann braun sein die haut kann rosa sein kann hell sein ich hätte also jetzt zum beispiel auch die haut also das gesicht und die arme und beine in diesem hellen ton machen können und die wolle meinetwegen schwarz oder die wolle in irgendeiner anderen farbe und bei dem habe ich jetzt mal so gemacht ich habe es auch ein bisschen anders zusammengenäht also der jenny hier wieder deine blümchen du siehst ich habe die schon verwendet und finde es super super niedlich also gefällt mir total gut ich habe den ein brett durch die mütze gesteckt und unten umgebogen und hier so wie bei dem herz sorry frosch sowie bei dem herz einfach in die hand rein gemacht die habe ich beim annähen ist mir das so stehen geblieben als würde er das hochhalten das ärmchen und hab gedacht ich gebe ihm noch eine blume in die hand so als wenn er die gepflückt hätte und die hat er sich hier in sein fell gesteckt und das ärmchen habe ich hier auch ein bisschen angenäht damit es mal ein bisschen anderes bild ist und nicht immer alles nur so absteht seitlich sondern damit es so ein bisschen lebendiger wirkt dass der eine arm angewinkelt ist der andere so ein bisschen ausgestreckt der hier hält das herz fest und damit es nicht immer so aussieht so als würden sie alle viere von sich strecken und da habe ich runde augen benutzt die habe ich zusätzlich noch mal mit schmuck steinkleber festgemacht der hat ovale augen damit es halt ein bisschen anders aussieht und ja ich finde sie sehr gelungen sie gefallen mir sehr gut hinten sind so kleine schwänzchen noch dran damit sie besser sitzen also ich finde sie beide sehr schön meine mama kann sich eins aussuchen eins werde ich selbst behalten und ihr seht schon dass wenn man also nur ein bisschen andere farben benutzt es vollkommen anders wirkt wieder und wie gesagt ihr könntet die farben jetzt auch ganz anders wählen ich würde jetzt keine keine ahnung blau oder rote schafe machen aber wenn ihr die haut hell macht und das scharf schwarz also die wolle schwarz oder so dass es halt ein bisschen natürlich wirkt finde ich das eigentlich eine ganz tolle sache mit den püschel maschen oder diesen knubbels hier das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig also es fallen einem irgendwann die arme ab aber für alle unter euch die gerne häkeln möchten guckt in die anleitung vielleicht möchte ihr sowas mal nachmachen und vor allen dingen guckt auch in der infobox blöder frosch guckt auch in die infobox nach den videos von den anderen was die so gewerkelt haben zum thema muttertag und es hat mich gefreut dass ihr dabei wart ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten mal wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles liebe tschüssi so Untertitelung des ZDF, 2020